Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ich teste Tests, wo wir uns diesmal, ich habe einen weiteren Wahl-O-Maten gefunden und zwar den FFF-O-MAT. Das steht, glaube ich, abgekürzt für Fridays for Futures, Fridays for Future-O-MAT. Und ja, da können wir gucken, weil die Bundestagswahl 2021 ist eine Klimawahl. Und da können wir gucken, welche Partei dann wahrscheinlich am besten zu uns passt. Ja, ich lese einfach mal vor. Ich werde dann auch alles unten verlinken, dass ihr selber dann quasi den Test machen könnt. Alle Parteien, die zur Bundestagswahl antreten, haben etwas zum Klima zu sagen. Jetzt bist du an der Reihe. Vergleiche die Zukunft, die du willst, mit der Vision, die die Parteien haben. Der FFF-O-MAT ist keine Wahlempfehlung, wichtig, sondern ein Informationsangebot über Wahlen und Politik. Okay, fangen wir mal an. Es soll mehr Hochwasser wie in NRW geben. Also bin ich eher gegen, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich weiß, es gibt Leute, die stimmen dazu, die mögen gerne Boot fahren und solche Sachen. Aber gilt das nur in NRW, dann könnte es mir eigentlich egal sein. Aber ich bin trotzdem dagegen, weil ich glaube, es war für die Leute da auch eher kein positives Ereignis. Ich glaube, es sind sogar Leute gestorben und Tausende verschwunden und waren abgeschnitten und so. Das brauchen wir nicht nochmal oder wenn, wenn dann zumindest möglichst wenig oft, wäre schön. Die Regierung soll in den nächsten 800, in den nächsten Jahren 800 Milliarden Euro in ein vermeidbares Problem stecken. Das klingt auch irgendwie nach Geldverschwendung. 800 Milliarden ist eine Menge Geld, da könnte man so Windräder überall hinstellen und so. Das wäre ja vielleicht eine bessere Idee, gerade auch fürs Klima. Ich denke mal, da geht es um Braunkohle. Ich denke mal, das ist die Braunkohlesubventionierung, die vollkommen überhaupt keinen Sinn macht, dass das weiter ausgegraben wird bis kurz vor Torschluss. Und es macht auch keinen Sinn, dass der Ausstieg erst 2038 ist, aber ich meine, die Leute wären halt alle, dass die SPD ist zutiefst eine Kohlepartei schon immer gewesen, Partei der Bergleute und so. Und die wollen sich das da weiter quasi auf die Fahnen schreiben. Und darum wird das bis zur letzten Sekunde, wird man Geld in die Kohle stecken. Und bei der CDU ist es auch nicht anders, weil Armin Laschet ist ja Ministerpräsident von NRW. Und damit ist er ja gerade in dem Bundesland, wo die ganze Kohleförderung irgendwie stattgefunden hat in der Vergangenheit. Also, aber ich bin persönlich dagegen, dass man 800 Milliarden in den nächsten Jahren in ein vermeidbares Problem steckt. Stimme nicht zu. Hitzewellen wie in Kalifornien sollten verhindert werden. Ich meine, gibt wieder Leute, die haben es gerne warm. Ich gehöre nicht dazu, also stimme ich zu. Unsere Wahlempfehlung für dich, du sollst am 26.09. bereits am 24.09. beim Klimastreik Alle fürs Klima gewesen sein. Denn keine Partei hat einen Plan, um die 1,5 Grad Grenze einzuhalten. Finde daher jetzt einen Streik auf allefursklima.de, denn nur durch das Einhalten der 1,5 Grad Grenze können wir weitere Hochwasserdürren und Hungersnöte bekämpfen. Und die Vergangenheit hat gezeigt, Klimagerechtigkeit kann nur durch aktiven Protest auf Straße und im Wald erreicht werden. Denn während Armin Laschet illegal Wälder räumen lässt, wobei Leute gestorben sind, wie gesagt, kämpfst du mit uns für eine bessere Zukunft und Gegenwart. Das ist ein Rechtschreibfehler, aber ich sehe das mal nicht so eng. Das Bundesverfassungsgericht hat uns gezeigt, wir haben ein Recht auf Klimagerechtigkeit, holen wir es uns. Finde jetzt deinen Streik auf allefursklima.de oder organisiere selbst einen in deiner Stadt und schreib regional at fridaysforfuture.de. PS, wähl doch bitte trotzdem eine Partei, die etwas fürs Klima und gegen den Rechtsruck im Land tut und arme, queere oder migrantische Menschen nicht hasst. Wählen gehen reicht nicht, ist aber trotzdem wichtig. Ja, das war deutlich kürzer, als ich gedacht habe. Aber ja, wir haben, glaube ich, eine Menge gelernt und erfahren dabei. Und darum bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, ich teste Tests. Mal gucken, vielleicht jetzt in den Vorwehen einer Bundestagswahl den einen oder anderen Tests werde ich vielleicht noch finden. Mal sehen. Bis denn. Und like das Video. Ja, und schreibt einen Kommentar.